Richard Wagners Tannhäuser sah sie sich ohne ihren Partner an. Nun bestätigte ihr Umfeld. Caroline Edstadler und Martin Matura haben sich getrennt. Liebeskummer sieht man der Verfassungs- und Europaministerin jedoch keinesfalls an. Gut gelaunt besuchte sie die Osterfestspiele mit Dominik Hasler, ihrer Amtskollegin aus Lichtenstein. Die restlichen Feiertage soll sie gemeinsam mit ihrer Familie verbringen. Wie UE24 berichtete, ist die Trennung im besten Einvernehmen über die Bühne gegangen. Einen neuen Mann in ihrem Leben gibt es aktuell noch nicht.